Nach dem verheerenden Unfall in Südtirol mit mittlerweile sieben Toten warten auf den Unglückslenker die Einvernahme vor dem Untersuchungsrichter. Er wird klären, ob der 27-Jährige im Gefängnis bleiben muss. Sein Anwalt sagte gestern, sein Mandant zeige sich reumütig. Im Krankenhaus von Bozen kämpft ein junger Mann indes weiterhin um sein Leben. Zwei junge Menschen, die beim Unfall in Luttach im Südtiroler Arntal schwerste Verletzungen davongetragen haben, werden weiterhin intensivmedizinisch betreut. Sie sind auf die Krankenhäuser von Bozen und Brunneck aufgeteilt. Der Gesundheitszustand der Patientinnen Brunneck sei laut Ärzten stabil, während sich der junge Mann in Bozen weiterhin in kritischem Zustand befinde. Die restlichen Unfallopfer seien auf dem Weg der Besserung. Einige konnten bereits aus den Spitälern entlassen werden. Eine 21-jährige Frau, die an der Uniklinik in Innsbruck behandelt worden war, ist gestern Nachmittag verstorben. Mit ihr steigt die Zahl der Opfer auf sieben, die bei dem Unfall in Luttach getötet wurden. Ein 27-jähriger Mann war in der Nacht auf Sonntag mit seinem Sportwagen in eine Gruppe Jugendlicher gerast. Sie waren dabei, die Straße zu überqueren. Der Fahrer hatte fast zwei Promille Alkohol im Blut. Er sitzt derzeit im Bozener Gefängnis ein, wo er veraussichtlich morgen Vormittag dem Haftprüfungsrichter vorgeführt wird. Die Maus Kienz im Pustatal stammenden Mann drohen wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung und Verletzung bis zu 18 Jahre Haft.